Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zum letzten Tag von Dias de Sine. Es war ein erfolgreiches Festival, dank Ihnen und Ihrem Besuch. Heute sind wir sehr stolz und glücklich, Jürgen Ureña hier zu haben, der persönlich seinen Film Abraza me como antes umarme, mich genauso wie damals vorstellen wird. Er hat viele Preise gewonnen, unter anderem gestern, sogar irgendwie einen Preis in Brasilien. Und deshalb sind wir sehr, sehr glücklich, dass er hier bei uns ist. Und ja, außer... Ja, Vorgänger von Abraza me como antes wird zum Beispiel der Sondensfilm Tangerine benannt. Aber nicht nur dieser Film ist irgendwie Vorgänger von Abraza me como antes, sondern auch andere Filme, wie Alles über meine Mutter, Wir müssen über Kevin reden, Volver, Mother zum Beispiel von Aronofsky, der irgendwie vor kurzem ist, und auch zum Beispiel Pieta von Kim Ki-Duk. Diese Filme haben sich mit dem Thema Muttersein irgendwie damit beschäftigt und das Wort mit neuem Inhalt besetzt. Das versucht auch den Film, diesen Film irgendwie eine andere Sicht auf das Muttersein zu geben. Noch eine Anmerkung, bevor wir beginnen. Bitte geben Sie einen besonderen Blick auf die Benutzung von Farben. Diese Art, wie Jürgen jetzt die Farben benutzt, ist sehr eigen und sehr schön. So, erstmal viel Spaß mit dem Film. Ich weiß nicht, ob Jürgen noch was dazu sagen möchte, um euch einzuladen. Bitte. Vielen Dank. Ja, also erstmal schönen Abend. Ich bin also sehr froh, hier zu sein. Ich danke also den Organisatoren und auch Ihnen allen, den Zuschauern, die Sie hier so zahlreich erschienen sehen. Vielleicht auch noch ein Wort zum Team. Das ist ja so eine Art Matriarchat und das ist ja wunderbar, dass ich also in so gute Hände gegraten bin, weil es geht ja auch, ist ja auch ein Film über Mutter und Mutterschaft. Ja, also ich heiße, also mein Vorname ist ja Jürgen, das ist ein deutscher Vorname. Allerdings kann ich kein Deutsch außer diesen drei Worten. Danke, bitte Fräulein. Und dann kam hier noch Apple Wine. Aber niemand ist ja perfekt. Ja, und wenn ich den ins Deutsche übersetzt werde, dann klingt das also viel intelligenter, also habe ich zumindest den Eindruck, dass das viel intelligenter klingt, als wie ich das tatsächlich bin. Also, ich bin ganz froh, dass ich also hier von der Übersetzerin unterstützt werde und am Ende des Films, und ich hoffe, Sie genießen die Vorstellung, wird es gelegenheit geben, ins Gespräch zu kommen. Bis nachher. Danke. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos a Jürgen aquí. Ya lo tuvimos el viernes en la universidad, ya tuvimos la oportunidad de preguntarle muchas cosas, pero yo creo que el público de hoy es distinto y seguramente tenga otro tipo de preguntas. De nuevo contamos con la ayuda de Margui, que nos va a ayudar a traducir. Y bueno, yo considero que lo más importante son sus preguntas, las preguntas que tengáis aquí. Y me voy a quedar en un segundo plano y espero que haya las suficientes preguntas como para que yo no tenga que preguntar. Y no yo monologo, no hay problema. Ok, vale, perfecto. Y interrumpe como traductora, also um es kurz zusammenzufassen, wir sind ja sehr froh, Jürgen hier zu haben. Wir haben ihn ja schon am Freitag mit Fragen gelöchert, das war an der Uni, aber hier ist ja auch wieder ein anderes Publikum, also werden auch wieder andere Fragen kommen. Ich werde die Fragen stellen, aber werde mich diskret zurückhalten, weil Sie sind ja der Protagonist, das Publikum, also Fragen. Hier sind ja, hier ist ja. Por aí hay una pregunta. Ui. Hi, Jürgen. Hi, Jürgen. You understand English? Yes. Okay. Thank you for the really well film. Thank you. This situation that you present here is about suffering. Es geht um Verlust und in den Lateinamerikanischen Gesellschaft. Es gibt zwei Dinge, die hier sehr presentieren. Ihre Emphasie auf die religiöse Econografie ist so viel über diese Religion. Hast du mit dem einen Willen die Zusammenarbeit mit den Verlust und der Religion? Ich muss jetzt aus dem Englischen übersetzen, also erstmal ganz danke für den Film. Ich hatte ja den Eindruck, das ist also ein Film über Leiden und andererseits spielt die Religion in diesem Film eine große Rolle. Wollten Sie also Religion und Leiden in diesem Film zusammenbringen? Habe ich das recht verstanden? Ja, danke. Voy a responder en español para hacer más complicado el trabajo de mi traductora. Comprendo, comprendo. Sí, evidentemente los dos elementos están en la película y están muy presentes, tanto la religión como el sufrimiento. Pero mi intención no es plantearlos en una relación de causa y efecto, sino que me parece que forman parte de un universo. Y mi intención al hacer una película siempre es, y en este caso también ha sido, introducirme en un universo que prácticamente no conozco y entender cómo son las relaciones que se producen en ese universo, más allá del prejuicio o de la idea previa que yo pueda tener sobre esas relaciones. Ja, es stimmt. Also, in dem Film spielen Religion und Leiden eine große Rolle. Allerdings wollte ich das nicht so zeigen, dass es Ursache und Wirkung gibt, sondern ich wollte mich also im breiteren Sinne dieser Thematik nähren. Ahora, en lo que respecta a la forma en la que se presenta el personaje de Verónica, yo en lo particular no creo que exista una relación directa entre su vínculo religioso y el sufrimiento que ella experimenta. Y sin embargo, por supuesto que me parece que desde el momento en el que yo presento una película con un final muy evidentemente abierto, yo invito al espectador a que produzca una lectura particular, que produzca sus propias lecturas. Así que esa podría ser perfectamente una de ellas. Also, und was die Figur de Verónica angeht, ja, also da gibt es diese beiden Aspekte, Leiden und Religion. Allerdings wollte ich das, also, habe es versucht zu vermeiden, Ihnen als Zuschauer, also jetzt so meine Version der Dinge aufzudrücken, sondern jeder Zuschauer kann ja anhand dieses Filmes, und deswegen wollte ich den auch so offen lassen, also sich seine Vorstellungen, ja, über diesen Film machen. Und noch ein Ding, sind alle Schauspieler da? Sind Sie wirklich Schauspieler, oder? Ja, es ist wirklich Schauspieler. Ja, ja. Ja, los, no, no hay actores profesionales en la película. Podría explicar muy brevemente la historia, y es que son personas que, además de ser transgénero, al menos las protagonistas, también se dedican al oficio de la prostitución. Así que de alguna manera se están representando a sí mismas. Es muy realista. Das sind keine professionellen Schauspieler, sind Transgender und zum Teil spielen sie ihre eigenen Rollen, das heißt sie gehen der Prostitution nach, auch im realen Leben. Eine ganz kurze Frage an Jürgen. Ist das jetzt ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm oder ist es umgekehrt? Pregunta philosophisch. A mi me interesa mucho en general trabajar en un lugar impreciso, en una zona intermedia entre el documental y la ficción. Lo he hecho en otras ocasiones anteriormente. Also ich als Filmemacher mag es, also so in den Zwischenräumen zwischen Fiktion und Dokumentarfilm zu arbeiten, also wo nicht alles von vornherein klar und eindeutig definiert ist. Y en este caso particularmente me parecía que tenía un particular, que tenía sentido hacerlo de esa manera, considerando que estaba hablando sobre un personaje transgénero. Así que de alguna forma hacer una película que también tuviera una identidad, digamos cinematográfica ambigua o diffusa o participara, o que participara de dos naturalezas distintas, me parecía muy pertinente. Ja, und zumal also in so einem Bereich wie Transgender, wo also die Grenzen und nicht eindeutig festgeschrieben sind, schien es mir umso wichtiger, also in diesen Grenzbereichen zwischen Dokumentarfilm und Fiktionsspielfilm zu arbeiten. Entonces en este caso yo parti de una novela, de literatura absolutamente de ficción, fui a un lugar en el que esta realidad existía e hice una investigación y comencé a generar una dinámica de trasvase, como tomar un líquido de un lugar y de otro y comenzar a mezclarlos poco a poco hasta llegar a esa especie de tonalidad intermedia entre los dos. Also, mein Ausgangspunkt war also die pure Fiktion, ein Roman. Ich habe mich dann in das entsprechende Ambiente begeben und habe dann also Recherchen vor Ort gemacht. Mir ging es aber darum, also so verbindende, so wie bei kommunizierenden Röhren, also so Verbindungen zu schaffen und die verschiedenen Ebenen, auch Gattungen miteinander zu verbinden. Se oye más inteligente que yo, ¿verdad?, en alemán. Ja, ja, ja. Felix, ¿tienes una pregunta y hay otra pregunta? A mí me voy a ganar a Gala otra vez. Me robó el trabajo, Gala. Quédate ahí porque hay otra pregunta detrás. A ver tú, ya, Félix. Ja, Jürgen, una pregunta con respecto a los personajes que como no son actores, se representan a sí mismos, pero de pronto se ven convertidos en personajes. Es decir, así como quien tiene la posibilidad de verse a sí mismo desde afuera a través de la óptica de un otro, ¿no? O sea, parecido, o sea, yo por ratos pensaba en ti cuando veía este personaje herido que ingresa, que de pronto es encerrado en este mundo extraño, ¿no? Ese personaje en realidad, tanto lo somos nosotros para conocer el mundo, ¿no? Ich übersetze mich gerade. Und zwar geht es mir um die Darsteller, beziehungsweise um diese Menschen, die ja zu Darstellern werden und sich dann von außen sehen durch die Optik eines anderen. Und dieser andere, der ist ja auch im Film, das ist, ich dachte aber eben auch an Jürgen, ist eben dieser junge Mann mit seiner Verletzung, der dann plötzlich in dieser fremden Welt eingesperrt ist. Y mi pregunta ist, wie du jetzt diese Persons convertet wurden in diese Person, die durch das also ein Teil von Bewusstsein erhalten, die mit dem Werten Sie Ohr und ihrer eigenen Leben ist? Und auch die Potenziale, die es, was sie auf dem Weg gegeben hat? Sie haben auch einen Begriff aus, was sie auf dem Moment genießen? Meine Frage konkret ist, was ist mit diesen Menschen, die zu Darstellern geworden sind? Und wie haben Sie sich durch diesen Film verändert, weil Sie ja auch einen Prozess durchlebt haben. Ja, definitivamente so ist. Ja, die Figuren haben ja diese Transformationsprozesse, die du eben beschrieben hast, also schon durchlaufen, bevor überhaupt der Film zustande kam. Weronika hieß vorher, Lucia, Fabian, Jimena und so weiter und so fort. Also es ist in dem Sinne nichts Neues. Ja, definitivamente a partir de la película se produce una transformación adicional, que yo me atrevería a decir que es una transformación incluso política en buena medida. Y es que ellas se convierten en actrices. Por ejemplo, la protagonista de esta película hace dos o tres semanas ganó el premio de mejor actriz del Festival de Guayaquil en Ecuador. Y yo creo que esa es una victoria política más que una victoria estética más que una victoria cinematográfica. Ja, und die nicht-professionellen Schauspielerinnen sind ja durch diesen Film zu professionellen Schauspielerinnen geworden. Und es ist ja auch eine politische Veränderung. Also Veronika, die Hauptfigur, die hat also vor einigen Tagen einen wichtigen Preis auf einem Filmfestival in Guayaquil gewonnen. Und es ist jetzt also auch zur professionellen Schauspielerin geworden. Entonces definitivamente esa transformación existe. En este momento ya yo no me atrevería a decir que no son actrices, porque en este momento lo son. En este momento la protagonista está en Los Ángeles presentando la película en un festival allá. Y eso definitivamente representa una transformación. Yo no creo que el cine pueda cambiar el mundo. No he querido ser excesivo al presentarles a ellas un proyecto ofreciéndoles que su vida va a cambiar radicalmente. Pero creo que en alguna medida ha cambiado. Also als ich den Film anfing, habe ich also meinen Schauspielerinnen jetzt nicht oder diesen, die da mitgemacht haben, nicht als alles Mögliche versprochen. Allerdings ist es so, dass sie ja tatsächlich durch dieses Mitmachen in dem Film andere geworden sind. Also Veronika, die ist jetzt gerade auf einem Filmfestival in Los Ángeles, wo dieser Film auch gezeigt wird. Also es hat sich, man kann vielleicht mit dem Film jetzt ein Leben nicht total umkrempeln und total verändern, aber für die, die mitgemacht haben, hat sich also wirklich substanziell was verändert. Ja, schönen guten Abend. Eine Frage und zwar, der Film hat ja durchaus drei, auch heutzutage noch, Elemente, die je nachdem welcher Gesellschaft man lebt, immer zu Kontroversen führen, sprich Transsexualität, Religion, Prostitution. Gibt es Unterschiede mit Blick auf den Kritiken in den einzelnen Ländern, wo der Film gezeigt worden ist oder gibt es sie nicht? Also ich weiß jetzt nicht, in welchen Ländern der Film gezeigt worden ist, aber gibt es dort Unterschiede? Also es ist so, wie in der Film hat drei Themen, wie Religion, Sexualität, Prostitution, Transsexualität. Und in der Ferienfurtung haben wir eine unterschiedliche Unterschiede? In den letzten Ländern gibt es die gleichen Unterschiede. Ja, ich habe ein bisschen Unterschiede in den Verkaufeln, in den letzten Ländern, in den einzelnen Ländern, in den verschiedenen Ländern. Aber ich finde, und mir ist sehr froh, dass in einer guten Zeitung, dass in der Zeitung etwas, in der Zeitung, in der Zeitung, in der Zeitung, in der Zeitung, über die Violenz oder sogar über die Transgender-Kondition des personnages, das war das Thema der Familie und das Gefühl, das der Person zu formen, eine Familie. Und ich glaube, dass das in sehr generalen Termin wurde in den Bereichen, in denen es sich präsentiert wurde. Also es ist so, es gab schon unterschiedliche Rezeptionen in je länderspezifisch. Und das hing dann also auch von den drei Themen, Religion, Transsexualität und Prostitution ab. Allerdings, und das wollte ich ja auch zeigen, es ging ja auch um den Bezug zur Familie. Und das wurde also weitgehend ähnlich aufgenommen. Ja, ja, ja. Also ich sehe deine Arbeit ja fast so an wie die Arbeit eines Ethnologen. Wie hat sich das Verhältnis zu den Schauspielerinnen im Laufe der Zusammenarbeit verändert? Ja, die Zeit zwischen dem ersten Kontakt mit diesen Mädchen und dem Moment, in dem wir die Filme endet, ist ungefähr 4,5 Jahre, fast 5 Jahre. Also es ist so, die Zusammenarbeit hat sich über fast 5 Jahre erstreckt. Und am Anfang habe ich also einen Kurzfilm, so eine Art Trailer gezeigt, um Ihnen so zu erklären, was ich eigentlich mit dem Film bewirken wollte. Und dann wurde im Laufe der Zusammenarbeit also unser Verhältnis, unsere Beziehung immer enger und besser. Und das System ist eine Art Trailer. Und diese Füße wurde ein Prozess, was 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 ein Prozess. in Función del proyecto que se quería desarrollar y en Función del hecho de que estas personas no tenían ninguna experiencia previa delante de la cámara. Entonces hicimos un rodaje, por ejemplo, que tuvo una duración de seis meses y yo grabé quince días durante esos seis meses. Y luego, ese material que rodeo durante esos seis meses, en cada caso, cada día de rodaje, yo regresaba, hacía un montaje, escribía. Es decir, el propio proceso del rodaje hizo que se produjeran de manera simultánea la preproducción, la producción y la postproducción. Y por otro lado, ese proceso permitía que ellas prácticamente no se dieran cuenta de que estaban haciendo una película. Estábamos recogiendo una serie de materiales, trabajamos con un equipo de rodaje muy pequeño, un poco cercano a la lógica del documental, como usted menciona. Sí, y las condiciones de producción fueron muy especiales. Entonces, para terminar, se tomaron muchas decisiones estéticas y de puesta en escena. En esa línea del cine documental, en el que, por ejemplo, en muchas ocasiones ellas no sabían dónde estaba la cámara o si estábamos grabando o no estábamos grabando. Nunca existió la voz de acción, por ejemplo, nunca hubo una claqueta. No existían estos signos que automáticamente generaban la conciencia de que estaban actuando. Lo que queríamos era estar con ellas y en muchas ocasiones hicimos cosas para estar con ellas, solo que con una cámara cerca. ¿Qué? Ja, und so, was man ja früher von den Filmen kennt, also Szeneklappe und wo also ganz klar war, jetzt wird gedreht, das gab es hier nie, sondern uns kam es darauf an, also mit Ihnen zusammen zu sein und oft war es auch so, dass Sie gar nicht wussten, dass jetzt auch gedreht wird. Ich habe eine ganz technische Frage, die Aufnahmen wurden ja oft abends und auch in der Nacht gemacht, das Team war ein ganz kleines Team. Welche Kamera habt ihr benutzt? Vielen Dank. Also es ist ja so, insgesamt gab es ja so, drei Etappen bei der Herstellung des Films, ich hatte es ja schon erwähnt, also so diesen Kurzfilm, um einfach nur so das Ambiente festzulegen und dann die anderen Schritte, die ich ja schon erwähnt hatte und diese Vorarbeiten, die dienten also auch dazu, um überhaupt mal rauszufinden, welche Kamera ist überhaupt für diese Art des Drehens die besten wären. Insgesamt haben wir also mit vier Kameras gedreht, eine F60, die also vor allem gut ist, wenn also kein Tageslicht ist oder wenn es wenig Licht gibt. Dann drei, ja das war diese F70 Sony und dann der Rest waren Digitalkamera 16mm, insgesamt vier. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe sehr gefühlt deine Filme. Und sehr obedientlich, ich habe mich auf die Farbeklänge gebracht. Und ich würde gerne hören, dich etwas darüber zu erzählen. Ich habe nur, was ich in Experten gesehen habe, ist, dass in ein paar Spiele, zumindest der Hauptsache, der Hauptsache ist, dass es so gemacht, dass es in den Pin-Ups der 50er Jahre. Die Farbeklänge sind wirklich saturated. acturados, y eso hace también, le da al film toda una estética bastante pop. Y quizás quisiera escuchar algo con respecto a esto que pensaste vos, a partir del tema de los colores, y quizás otra pregunta asociada también, quizás por esta referencia excesiva o continua, insistente a la religión y especialmente al tema de la Sagrada Familia, dass die Ästhetik in der Telenovela, weil es letztendlich ein Inzesto gibt, etwas wie ein Inzesto. Ich habe zwei Fragen. Ich habe mich ganz brav auf die Farben und den Gebrauch der Farben in dem Film geachtet und ich glaubte festzustellen, dass gerade diese heftigen grellen Farben, das hat mich an die Pin-Ups der 50er Jahre erinnert und dann das zweite also so mit gerade als es um die Religion ging, das hat mich also auch an die Telenovelas, also an die Soap-Operen erinnern. Also wie könntest du vielleicht dazu noch etwas sagen? Ja, in Relation con el color, desde muy temprano en el proyecto, yo tuve claro que no quería hacer una película oscura, in un sentido amplio, in un sentido no solamente visual, sino también metafórico, sino una película colorida en los dos sentidos también, una película vital y esto por supuesto correspondía también con algo que ya estaba en la indumentaria habitual de estos personajes. Also ich hatte von, also mir war von Anfang an klar, ich wollte also keinen dunklen Film machen und dunkel, das heißt also nicht nur so im Hinblick auf den Gebrauch des Lichtes, sondern auch im übertragenen Sinn, also jetzt von der Thematik her keinen dunklen Film, sondern wollte also schon breites Farbenspektrum und auch eine helligkeit, der ausstrahlung der Personen zeigen. Entonces cuando comenzamos a ver un poco el vestuario que ya ellas tenían y cuando comenzamos a pensar en la posibilidad de comprar algún vestuario nuevo para que ellas también se sintieran cómodas, para que sintieran que estaban estrenando una ropa para la película, nos dimos cuenta de que la película se iba a convertir como en una piñata, que tenía ocho millones de colores que iban por todos lados. Entonces elegimos un color que está ubicado a lo largo de toda la película, probablemente de manera sutil, que es una especie de magenta, que está muy presente, por ejemplo, en la obra de Jeff Kunz. Trabajamos a partir de la referencia de Jeff Kunz y de ese magenta y atravesamos toda la película con ese color como una especie de centro de gravedad visual. Ja, und am Anfang, also, mussten wir uns ja auch darüber im Klaren wehren, ja, wie sieht jetzt die Garderobe aus und wir wollten also und es sollten ja auch noch ein paar neue Kleidungsstücke angeschafft werden, also einfach auch damit die Frauen sich wohl in ihrer Rolle fühlen und auch so das Gefühl haben, ja, also das wird jetzt eine schöne Sache und wenn sie vielleicht die Farbe, die sich so wie so ein roter oder wie so ein Faden durch diesen Film zieht, dann ist das also magenta und das ist die Farbe und das hat also auch Jeff Kunz. Und, ja, und vorbild war also auch Jeff Kunz. Ja, und sie haben also den Bezug zur Telenovela beziehungsweise zu den Soap-Opern, den haben sie also auch wirklich gut erkannt und ich werde also jetzt gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie es überhaupt dazu kam. Ja, und ich hatte ja schon erwähnt, also einfach so als Einstieg in das Projekt, hatte ich ja diesen Kurzfilm gedreht und im Nachhinein muss ich aber sagen, das war also der Einstieg, der war misslungen, weil also ich hatte so vor Augen, also diese Person Tutsi und das war es also wirklich nicht. Und was passiert ist, dass ich dieses Kurzfilm zu diesen Mädchen, als ich auf die Straße zeige, ich habe dieses Projekt, aber ich glaube, das funktioniert nicht, sie sagten mir, dass dieses Kurzfilm ist schrecklich. Und so haben wir angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Und als ich mit ihnen zu arbeiten, mit einer Kamera, versuchte ich, zu evitieren, diese Kunde, dass ich in dem Moment, in dem ich Aktion sagte, sie sagten, oh no, Francisco Javier, ich kann nicht mehr. Es war eine Tele-Novela, weil das war der Kódigo, den sie in der Kabe. Ja, und als ich ihnen diesen Kurzfilm so als Einstieg zeigte und sie fanden den also auch tatsächlich grottenschlecht und sagten, nee, also so ist das alles überhaupt nicht. Und dann fing, bin ich dann mit einer Kamera bei ihnen, also zu ihnen gegangen und wir haben dann also gemeinsam Aufnahmen versucht zu machen, aber das hatte dann oft schon auch Telenovela-artige Züge, denn wenn ich gedacht habe, okay, jetzt diesmal habe ich es aber getroffen, dann haben sie gesagt, oh nein, Graviert, jetzt geht es gerade gar nicht, also ich kann jetzt nicht mehr und das liegt dann völlig daneben. Suena mejor que yo, Vieron, es cierto. Entonces, lo que ocurrió fue que en un primer momento, cuando comencé a trabajar con ellas, yo incluso consideré seriamente incluir el tono dramático de la Telenovela, porque pensé que iba a ser muy difícil romper ese registro actoral. Sin embargo, no me rendí, seguimos trabajando y lo que sí pertenece a ese mundo de la Telenovela es aquello en el argumento que ellas mismas comenzaron a propiciar o a proponer y eso me pareció que sí pertenecía a la película. Así que logré hacer una pequeña distinción entre el registro actoral y los elementos argumentales que venían de ese mundo. Am Anfang dachte ich, diese Telenovela-Art des Erzählens rauszukriegen, daran würde ich sicherlich scheitern. Es erschien mir sehr, sehr, sehr schwierig. Ich bin aber doch dann so auf meiner Art des Erzählens, also habe ich doch versucht, darauf zu bestehen und das Telenovela-Art des Erzählens rauszukriegen, aber es gibt auch diese andere Art des Erzählens. So, sorry, my German and Spanish are really bad, but I just wanted to know about the pre-process. If I heard you say it was formed by a novel and in the closing credits it said it was based on a novel, how did you come across this novel since it's an interesting topic and while reading this, what made you and urge you to do a project about it? What urged you to say, okay, this is the story I want to tell in my next movie? Also, Sie hatten ja erwähnt, dass so der Ausgangspunkt für den Film ein Roman gewesen ist. Wie kamen Sie an diesen Roman und wie haben Sie dann beschlossen, aus diesem Roman Ihren nächsten Spielfilm zu machen? Sie, fue ein proceso, perdón, entiende español, si hablo español, pero sí, fue ein proceso curioso, porque yo me encontré con esta novela de manera absolutamente casual. Yo tengo una relación de amistad con la escritora, que un día antes incluso de que la novela se publicara, me la dio y me pidió que la leyera para escuchar mis comentarios, ¿no? Y cuando yo leí la novela, lo primero que pude comentarle fue que me parecía que era una película más que una novela. Yo sentía que era muy dinámico lo que ocurría en esa novela porque contaba muchas historias conectadas con un documento de identidad, robado, que iba pasando de una mano a otra. Y conforme iba pasando de una mano a otra íbamos conociendo a los personajes. Also, ich bin also höchst zufällig an diesen Roman gelangt. Ich bin mit der Romanautorin befreundet und die gab mir also vor der Veröffentlichung dieses Buch zu lesen. Und mein erster Kommentar war, ja, eigentlich ist es ja eher ein Film sogar als ein Roman, weil das wird so erzählt, dass also so eine Figur zu anderen führt. Also es hat eine sehr filmische Erzählweise. Ja, und so kam ich an diesen Roman. Y la siguiente vez que nos encontramos para tomar café, Tatiana, mi amiga, llegó con un sobre cerrado y me dice, se tome esto es suyo. Y yo llego y lo abro y eran los derechos de sesión de la novela, ¿no? Entonces yo me encontré en una situación un poco complicada. Los chinos dicen que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno desea porque se le puede convertir en realidad, ¿no? Y yo me encontré en esa situación, en ese momento. Ja, und dann als ich mit Tatiana, so heißt die Roman, der Vorname der Romanautorin, das nächste Mal mich zum Kaffee, beim Kaffee traf, da kam sie mit einem verschlossenen Umschlag und ich mache den dann auf. Und ja, da hat sie in diesem Umschlag stand dann, also oder in diesem Brief stand, hat sie mir die Rechte übertragen und ich fühlte mich daraufhin in einer etwas zwiespältigen Situation, weil es gibt ja so ein chinesisches Sprichwort, wo es heißt, ja, sei vorsichtig, also deine Wünsche könnten ja schneller in Erfüllung gehen, als du dir das denkst und vielleicht auch, als es dir lieb ist. Und das eine Schuingstечь Doesn... Ja니? Ja, dann ist die Bibel. Ja? Ja? Ja. 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 2009 y yo conocí el texto hacia principios de ese año y lo que ocurrió fue que yo comencé entonces a trabajar con las historias de la novela, que eran 13 historias hice un ejercicio de síntesis y pensé trabajar con 5 hacer una película con 5 historias y cuando hice el primer cortometraje con la primera de ellas, me di cuenta de que lo que yo quería hacer era esa historia no todo lo otro que seguía pero si quisiera hacerlo, tengo 12 películas más que podría hacer después Also, der Roman ist Ende 2009 erschienen Ich habe damals also auch gleich den Roman, also ist mir der Roman halt zugefallen Der Roman enthält insgesamt 13 Geschichten Ich habe dann angefangen mit den einzelnen Geschichten zu arbeiten habe festgestellt, also 5 interessieren mich wirklich und mit der ersten Geschichte also das war die grundlegende für den Film der hier gezeigt wurde Bueno, pues me dicen las dirigentes organizadoras que son muy eficaces y a la que les tenemos que hacer mucho caso que tenemos que dejarlo que hay un cóctel esperándonos afuera y que todas las preguntas que no se van a poder realizar aquí Jürgen mientras te tomas el cóctel pues continúas la conversación Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias a Margit y a Jürgen Wir müssen jetzt leider und die Organisation ist ja hier sehr effizient und es gibt ja auch in diesem Festival noch viele andere Dinge außer Filmen also jetzt draußen gibt es einen Cocktail und da kann das Gespräch ja auch noch weitergehen Danke, danke, danke Applaus